... zum Strasse. ... von hier haben wir den 21er-Strat, der ist zum Strasse. Wenn man mal den Tisch ist, ist der wie zum Strasse, zum Ziehen, richtig? Ja. Für die ist es komplex, wie ganz 150 mal. Bei Bergau, wo es kommt mit einem Hattel, in Druck und der Fall muss die Uli auch nicht wohlschauen? Ja. Sehr gut. Und das ist auch Uli vielleicht schwierig. Ja, ich bin schade. Ich habe Uli nur so einen Weg aus. Ja. Ich habe alle Leute laufen drauf, was süd aufreißt, da sind so eine große Strasse nach draußen geschaut, ja. Aber die sind jetzt schon, weil wir relativ gut für ihre Kämmer. Aber auch, da vorne der Mann noch laufen muss, weil dieses ist ja auch das Spielrecht, da las ich schon geht es gar nicht. Aber das ist ja in Marath und vorne ist ja für mich auch, der ist ja noch ein großer, da ist ja gar nicht. Wuchtgelein, da hat sich noch locker. Ja. Und das ist ja gar nicht genau. Und da ist das gerade für uns nichts, dass es nur Wuchtgekrieg geben wird, in der Auffüge. Und da haben wir ja gefördert, ich bin schon eh. Das war also das ist nicht. Ja, ich habe alle Männer, ich habe alles, das ist ja gar nicht so. Ja, die ist schon fertig. Da wird eigentlich der Fuchs zu früh kommen, das ist überhaupt zu gern schauen, die Klobe zu verrufen, aber halt nicht auf dem Flug. Ich bin jetzt so ein wenig an, das ist schon nicht. Wissen Sie, das gibt die Schuhe auf die Pedale? Ja. Wirklich! Aber das muss ich immer so abbeißen. Das ist echt. Das muss ich ja so... Ich muss immer so abbeißen müssen, als ich bin eigentlich, zack. Aber das ist ja gar nicht so. Aber du sagst, ich müsste mich aber wegnehmen von mir kennen. Und ich werde da was noch nicht aus dem Weg spielen. Ich muss, also, das verstehe ich. Ich muss extra wegheben, um es zu haben, um es sich abgeschreckt, weil es so fest wird. Aber ich bin es da. Also, ich müsste kurz montieren, ich muss über einen, einen Drehleiter schauen, und dann habe ich gekriegt. Und dann habe ich gekriegt. Und dann habe ich gekriegt. Ja, ja, ja. Und die Völkern war auch nicht der, der trifft, dass sie wieder gekriegt ist. Und dann schaue ich mal eh, was zu werden. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das war für mich auch ein bisschen, das ist ja gar nicht so. Ich bin ja bald auf die vorne, richtig gekriegt und weggekommen. Ich werde da alles so weit weggefahren und niederforschen. Wenn die klicken, ist ja nicht so was für mich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss ja gar nicht wissen, dass es noch ein wenig bei diesem Tag ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du merkst das schon, der Flüge. Ja, ja, ja. Ich muss ja nicht über die Gemeinde ziehen. Da haben wir mal die Flickhäuser, die wir kaufen müssen, für die Heine und Meineroli, drei Stunden, wo am Anfang das ist, alle dabei. Ja. Das ist ja dieser Puh! So wie man sich das auf Youtube überfordert. Wo sie ein paar Mal hat das, dann würde ich ja. Du bist ja nicht so richtig. Ich hast das noch nicht so richtig. Da war ich so richtig. Ich hab das so richtig gut gemacht. Ich hab das auch nicht so richtig gesehen. Na, das ist die italienische Weise, die ich dachte, wie das auch. Ich hab das auch nicht geschafft. Von dem ist es so einfach so schön. Ich hab das auch nicht gemacht. Ich hab das nicht so richtig Gefühl. Ich hab das auch nicht so gut gemacht. Ich glaube, ich wollte nicht mitgekommen, weil manche Weinen, weil er sich da oben haben muss. Ich denke, manche Weinen, weil er sich da oben haben muss. Ich glaube, es geht auch vor, weil ich am Anfang, da haben sie auch still gesorgt. Die sind es beim Reinen gar nicht gesorgt. Nicht, weil es da oben liebt und es wird. Wenn sie zwischen zwei Bändlöcher kommen hat, dann hat sie zugemacht und mit Wohlenkultur und wieder weit gegangen. Da sind sie eigentlich Neulöder. Da hat es, glaube ich, 5% aufgewertet. Also die guten Uli, wei. Es war lustig zu zuschauen. Ich weiß nicht, ich schimpfte mich. Ich habe mich auf die Zinke. Ich schaue auch schon die selbe TV. Ich kann es da nicht so aufhängen. Nein, ich schaue gerne. Ja. Es wird mäßig aufgekostet. Ich habe mich nicht so oft, was du sagst. Die Lücher hat doch gut dort. Aber ich habe mich nicht so oft. Aber ich habe mich nicht so oft und dort war das Thema. Ja, aber auch schon sehr gut. Das war die Worte, wo wir die Begriffe haben, und das ist ein wunderbarer Background auf dem Handwerk. Ja, das war ein Problem. Ja, mit Mako war das ein bisschen fresschen. Das war dann auch sehr viel das Steck, die Chicken rein, und du kannst die Wurst, weil sie auch auf den Table zu hoffen, wo der Weichdi da wo so ein Stephunt von Engels kannst du nicht mehr weg, aber dann ist das auch wie die Ruche, also. Also wenn wir zuweich dann aufhören, Ja, das ist immer gesehnt, was der Beifahrt ist. Da bin ich immer noch abgerufen, was er weiß. Aber der Masterkund, das ist kein gescheit, so richtig antreten. Du weißt aber nicht. Du weißt aber nicht. Du weißt aber nicht. Ja, das ist die Oma, weil ich hab schon ein Kost. Ja, ich weiß auch. Ja, ich weiß auch nicht. Du weißt aber nicht. Du weißt aber nicht. Du weißt nicht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber ich bin ganz voll. Aber ich bin ganz voll. Und da hab ich nicht gewohnt. Aber das war ein Wahnsinn. Ich bin voll vorsichtig. Aber ich fahre ich natürlich. Ja. Nope. Aber ich habe nicht erfüllt. Ja. Ja, ich bin ein Widerberg. Ich bin dann die Kostein, ja. Ich habe ein Mann, der hat mich nicht antreten. Ich bin jetzt die Frankreich. Aber ich habe eine grosseine Hütung. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Ich mache es nicht. Ich habe es nicht. Ja. Ich habe das nicht. Und ich weiß nur ganz. Ich bin der Vorsitz, der hat, den nicht zu nehmen, sondern zu einem bis zu nehmen, aus dem schauen wir uns zu haben. Ich bin der Vorsitzende, das wir hiệnern, die Sie haben, es geht darum, dass Sie die Beziehung um Karteuten befinden. Wir müssen uns zu sectionen lesen, fast die Beziehungen und die Beziehungen zu werden. Ist das für Sie das? Hört Sie den Verhandlung in der Öffentlichkeit und das ist es für Sie auf der Sitzung der Bundeskarte? Hört ihr das? Ich aber, dass Sie den Kunden beantworten, dass sie die Beziehungen um ein Karte oder das, Schauen wir mal raus, put in your head up, was denn? Ich würde mal wieder mal machen, dass ich so intensiven Frauen getrenne, zwei, drei Jahre vorher. Wie wird denn? Gehst du es her? Oder wenn man... Okay. Okay.